Eine Partie Team Deathmatch auf Ramasa. Ohne Janik heute, mal schauen. Heute die erste Runde des Tages. Nicht warm gespielt. Vergiss nicht, folgt uns auf Instagram, Facebook und hier natürlich YouTube. Mal gucken, was... Komm hier nicht hoch. Mal gucken, was hier so abgeht. Erster Kill und gleich der letzte Kill. Mal schauen, mal... 48 Sekunden. Schade. Na ehrlich. Yeah. Positiv. Ich glaube natürlich gleich im Begame drin. Wenigstens Assist. Ich zeige euch mal kurz meine Ausrüstung. Ich spiele zur Zeit die CR-56 LMAX und den starren Blick. Die FN-SK-17. Eine Waffe-Kammerwaffe. Mit Semtex und Rauchgranate. Overkill natürlich. Kaltblütig und Schrapnel, damit ich schön zweimal die Semtex werfen kann. Wie ihr seht, Demoralisierung ist auch nicht weitergekommen. Nicht wirklich. Ich versuche, ich gebe mein Bestes hier. Gucken, was ich hier noch ein bisschen an der Tarnung machen kann. Und weiter geht's. Die nächste Runde. Ich hoffe, nicht wieder mit einem Spiel. Gucken, ob ich auf den Arsch kriege oder will ich auf den Arsch verteile. Ich bin so blöd, Alter. Ich bin so blöd, Alter. Ich bin so blöd, Alter. Dann gehe ich mal auf mein Dächtlein hier. Und werde mal prüfen, ob ich ein Packgelds machen kann. Wenn ich hochkomme, ey. Ich bin so blöd, Alter. Da kommen noch keiner. Feindadresse auf! Feindlich ist persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemand! Was ist denn? Oh, kommt da jetzt. Ich hoffe, mich holt hier keiner. Ich werde hier getroffen. Ich werde hier, ich werde. Ich werde hier, ich werde hier. Keine Ahnung, komm, komm, komm. Ich werde hier. Wie kann man so, wie so'n Huch in so'n'er warten, Alter. Entschuldigung, wird ausgepiept. Oh, wer seid ihr? Komm, komm, komm. Oh, Schäfer schiebt hier. Geht ihr hier nicht? Die krieg ich schön auf den Arsch, Alter. Feind an der Straßenbahnhaltestelle. Geht ihr hier nicht? Ach, Alter. Das war später als nie. Mann, ey. Alle auf'n Dach, würde ich sagen. Ach, Mann, ey. Ich bin so behindert. Seiddem? Feindlicher Clusterschlag im Anflug. Entdeckung. Feind am Gefahrstoffgebäude. Ich beschütze dich. Lass hier rein oder ab. Wechsel das Magazin. Feind an der Straßenbahnhaltestelle. Ich bin leer. Lade nach. Feindliche Drohne über uns. Feind am Restaurant. Ich bin so blöd. Ich habe nicht gesehen, woher er kommt. Verwärter eine Granate. Die Zeit läuft, Leute. Na los! Feindliches, persönliches Radar. Und Selbstmord. Das war's. Zurück zur Basis. Hallo! Ciao. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein, aber nicht so doll.